Technologische Entwicklung spielt bei DPD eine sehr wichtige Rolle. Ein Hauptmerkmal davon ist, wie wir Technologien einsetzen können, um den Arbeitsablauf unserer Mitarbeiter zu erleichtern. Aus diesem Grund haben wir jetzt in unserem Standort Malch einen zweimonatigen Test gemacht mit einem Exoskelett von German Bionic. Der Anwendungsfall bei DPD ist perfekt für unser CrayX. In Malch werden kontinuierlich schwere Lasten bewegt und für diese Arbeit erhalten die Kollegen von DPD bis zu 30 kg Entlastung pro Hebevorgang. Das entspricht dem Gewicht von mehreren Elefanten pro Schicht. Das CrayX der vierten Generation hat eine Tragestruktur aus Carbonfaser, was ihn besonders leicht und bewusst macht. Zwei starke Elektromotoren, die von unserer Software gesteuert werden, treiben den Kraftanzug an. Eine weitere Besonderheit unseres CrayX ist, dass der Kraftanzug mit unserer Datencloud verbunden ist und dadurch kann das Cray selbstständig lernen und dem Kollegen Vorschläge machen, wie sie gesünder und somit effektiver arbeiten können. Die Learnings, die wir aus dem Test in Malch gezogen haben, sind, dass ein eng anliegendes Exoskelett den Mitarbeiter stark unterstützen kann, um den Rücken und Muskeln zu entlasten beim Heben von schweren Paketgut. Aber dieses engen Anliegen hindert den Mitarbeiter bei stärkeren Bewegungen und dieses muss bei der Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt werden. Zukünftig wird unser Cray zusätzlich beim Laufen unterstützen. Das eröffnet weitere Anwendungsfälle, speziell beim Handling im Logistikbereich. Wir werden weitere zwei Standorte dazunehmen und freuen uns mit German Bionic in den nächsten zwölf Monaten das Exoskelett weiterzuentwickeln und zu schauen, in welchen anderen Arbeitsbereichen eine sinnvolle Anwendung stattfinden kann.